Willkommen in der HDI Arena, willkommen bei 96, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz mit beiden Trainern. Herzlich willkommen, Jürgen Klopp, Tayfun Korkut. Herr Klopp, verbunden mit dem Glückwunsch zum Sieg natürlich, die Bitte, das Spiel aus Ihrer Sicht zu kommentieren. Ja, ich denke, sehr gut angefangen gegen hochmotivierten Gegner, ähnliche Drucksituationen haben wie wir. Das, was ein Gegner dann normalerweise machen will, natürlich intensive Zweikönfe führen. Das haben wir, glaube ich, wirklich ganz gut gemacht, ordentlichen Ball laufen lassen. Tolles Tor gemacht, geben dir einen roten Faden, das spielst du komplett aus der Hand. Mit dem Ausgleich, das Spiel wird wild, Hannover zielstrebig, aggressiv, gut, kommen wir aus der Halbzeit raus. Mannschaft gesagt natürlich, es wäre irgendwie ganz cool, wenn wir nochmal anfangen könnten, Fußball zu spielen, das würde der Sache total helfen und ging nicht direkt los, muss man sagen. Also Hannover war immer noch on fire, dann kriegt Leo die gelb-rote Karte und das haben wir dann klasse gemacht, muss man sagen. Gegen zehn Mann ist es jetzt nicht so, dass man heute in der Phase rund um 2-1, 3-1, mögliche 4-1 aus, als wäre das sehr leicht. Wie gesagt, das ist es normalerweise nicht, das hat die Mannschaft gut gemacht. Machen wir es 4-1, ist es erledigt, haben wir nicht gemacht, werden, ja, die Jungs sind jetzt auch nicht wenig belastet, da haben ein paar englische Wochen hinter uns und dann gerade vor drei Tagen gegen Jure gespielt, werden ein bisschen passiv. Hannover donnert das Ding in Winkel, ganz ähnliches Tor haben wir ja schon mal gekriegt, nachdem wir den Ball noch im Spiel gehalten haben und dann ist es nochmal eng geworden, klar. Und da muss man ein bisschen zittern, Standardsituationen, all solche Sachen und wir haben das über die Runden gebracht und wer sich die Tabelle anguckt, sieht, wie wichtig das für uns heute war und dementsprechend erleichtert. Da sind wir wünschen, Taifun und Hannover 96 das Allerbeste. Dankeschön. Herr Klopp, wir danken Ihnen. Trainer, wie hast du es gesehen? Dein Kommentar zu diesem Spiel, bitte. Ja, zunächst einmal Glückwunsch an Dortmund. Schwieriges Spiel für uns. Wir wussten, dass wir jetzt auch nach dieser ganzen Serie, die sich jetzt mit dem Spiel auch fortführt, dass wir heute agieren mussten und das hat auch die Mannschaft gemacht. Klar haben wir am Anfang etwas Probleme gehabt, aber im Endeffekt spielen wir gegen eine Spitzenmannschaft und die Mannschaft hat sich aber voll reingehauen, hat dann, denke ich, auch nach dem Ausgleich das Spiel in die Hand genommen und dann auch die Riesenmöglichkeit gehabt, vor der Halbzeit noch das 2 zu 1 zu machen, das nicht geschafft. Und dann eigentlich auch, was wir uns auch vorgenommen haben in der Halbzeit, dass wir gut rauskommen, da haben wir auch in vielen Spielen immer wieder Probleme gehabt nach der Halbzeit, das haben wir heute richtig gut gemacht. Und dann ist halt die Situation mit der Karte, die uns natürlich auch weh tut und wir bekommen dann zwei sehr, sehr gut herausgespielte Tore. Trotz alledem hätten wir, denke ich, da auch etwas mehr machen können, die bekommen wir. Und das Gute ist, dass ich wirklich sagen muss, dass die Mannschaft von der Mentalität her auch nach dem 3 zu 1 immer wieder versucht hat anzurennen. Klar, schwierig, aber hat es wirklich bis zur letzten Sekunde versucht. Deswegen, da kann ich ja überhaupt gar keinen Vorwurf machen, ganz im Gegenteil. Ich denke, man hat gesehen, dass die Mannschaft heute unbedingt wollte, unbedingt diese Wende schaffen wollte. Und letztendlich haben wir dann nach dem 3 zu 2 noch ein, zwei halbe Chancen mit dem Freistoß und mit dem Ball von der Seite und die wir dann auch nicht nutzen und müssen wieder als Verlierer vom Platz gehen, was natürlich uns allen nicht gut tut. Trainer, vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, bitten wir um ein ganz kurzes Handzeichen und dann würden wir starten. Ja, Andreas Willeke von der Neuen Presse. Herr Kollege, ich konnte sich freuen, wie wichtig der Sieg war. Wenn nur du jetzt auf die Tabelle guckst, sieht sie eher bescheiden aus. Wie beurteilst du die Lage? Ja, so wie man drauf schaut, brauche ich, glaube ich, nicht irgendwas anderes zu sagen. Ich denke, wir werden sie nicht anders beurteilen, wir werden sie alle gleich beurteilen. Wir sind mittendrin jetzt und es sind nur noch zwei Punkte. Von daher geht es jetzt wirklich auch um die Zukunft von Hannover 96 und wir sind absolut jetzt im Abstiegskampf. Und wir hatten heute wirklich diese Möglichkeit, hätten wir heute diesen Sieg gelandet, hätten wir einen Sprung machen können. Wobei der auch nicht groß geworden wäre, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Aber letztendlich haben wir das nicht geschafft und jetzt müssen wir diese Situation annehmen. Stefan Hox von Radio 21. Herr Korkut, wir alle haben die tolle Moral gesehen, Sie haben sie angesprochen. Herr Klopp lobt ausdrücklich auch nochmal 96 für die couragierte Leistung heute Nachmittag. Trotzdem muss man ganz klar ja auch feststellen, dass die Bundesliga ergebnisorientiert unterwegs ist. Klar, Sie wollen weitermachen. Glauben Sie, hoffen Sie auch, dass Sie dürfen? Zunächst einmal ist Fakt und ich kann auch die Ergebnisse nicht ignorieren. Das ist schon mal ganz klar. Ich bin ja hier auch der Hauptverantwortliche dann, wenn es darum geht. Und habe auch die größte Verantwortung für die ganze Sache. Ich spüre immer noch das Vertrauen. Das habe ich gestern gespürt, das spüre ich heute, das spüre ich jetzt. Aber mit Sicherheit müssen wir einige Sachen analysieren und uns auch zusammensetzen und dann einfach schauen, was das Beste ist. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat heute, für mich ist einfach wichtig, was die Mannschaft heute auf den Platz gebracht hat. Ich denke, es geht auch nicht hier um Typhon Korkut oder irgendeine andere Person. Es geht darum, dass die Mannschaft mit dieser Mentalität einfach alles kippt, um diesen Verein voranzubringen. Und alles andere, wie gesagt, wird mit Sicherheit in den nächsten Tagen analysiert werden. Da geht es hier vorne in der ersten Reihe mit Michael Rossmann von der dpa. Die Frage war eigentlich ähnlich, Herr Korkut. Wie schätzen Sie Ihre eigene Situation ein? Haben Sie vorher noch mal mit dem Manager und mit dem Präsidenten darüber geredet und ist schon ein neuer Termin vereinbart? Ich rede sehr, sehr oft mit unserem Präsidenten und auch mit dem Herr Duffner, mit dem Dirk. Wir haben in den letzten Wochen, haben wir uns oft getroffen. Von daher, die Kommunikation passt da. Deswegen sage ich auch, dass ich dieses Vertrauen spüre von der Vereinsführung. Und wie gesagt, das wäre jetzt, wenn ich, wir müssen uns zusammensetzen. Aber ob es jetzt Personale, Typhon Korkut ist, ich weiß nicht, ob das das Wichtigste ist. Wenn es so ist, dann ist es meine Personale ja auch. Aber wir müssen einfach auch analysieren, was können wir jetzt noch besser machen oder was können wir verändern, um einfach die Ergebnisse zu liefern. Und dafür bin ich auf jeden Fall bereit für diese Gespräche. Gibt es noch Fragen an die beiden Trainer? In der zweiten Reihe Frank Hellmann. Herr Klopp, ich würde mal eine Frage gerne an Sie richten. Wo gucken Sie denn in der Tabelle hin? Der Kollege hat das ja gesagt. Ist bei Ihnen jetzt so der Punkt erreicht, wo man nach oben schaut oder eingedenkt von Spielen gegen Bayern und Gladbach? Verbietet sich das? Sehr gut. Selbst für Antworten eine Frage. Ja, also wir haben acht Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Das ist jetzt natürlich nicht mitten im Sumpf steckend. Aber es ist auch nicht so, dass er mit den beiden Spielen vor der Brust so zu tun hat, als hätten wir jetzt die nächsten sechs auch schon auf dem Konto. Und unser Plan, unser Ziel sieht ganz einfach vor, zu punkten, zu punkten, zu punkten. Wir kommen aus der schlimmsten Situation fast in der Liga. Das heißt, mit den 15 Punkten aus der Vorrunde. Und haben jetzt schon 18 geholt. Er ist einmal verloren, glaube ich, in der Bundesliga. Das heißt, stimmt das? Ja, das weiß ich. Aber wir haben wirklich nur gegen Augsburg verloren. Gut, das fühlt sich gar nicht so an, um ehrlich zu sein. Aber das ist jetzt so, dass wir einfach dranbleiben müssen, punkten. Und wenn irgendwann der Tag da ist, wo wir rechnerisch nicht mehr absteigen können, wo das wirklich erledigt ist, dann endgültig. Und dann gucken wir, wie viele Spieltage noch übrig sind. Und bis dahin heißt Konzentration. Die Mannschaft kann Fußball spielen, aber wir müssen es halt auch immer tun und immer kämpfen. Und überall, wo man jetzt hinkommt, tobt auch dann der Abstiegskampf an ganz vielen Ecken. Oder es ist eben Bayern oder es geht um die Champions League wie für Gladbach. Oder es geht für alle um alles. Und dem muss man sich stellen. Und dementsprechend mache ich mir keine Gedanken darum, wo es für uns hingehen kann, sondern nur, was wir tun müssen, um da nicht nochmal reinzurutschen. Nächste Frage kommt von Boris Ruppert. Jürgen, es ging vor dem Spiel auch mal eine Serie von drei Spielen ohne eigenen Treffer. Und jetzt waren das drei sehr schön herausgespielte heute Nachmittag hier in Hannover. Ja, und eine vierte Großschank ist auch noch toll herausgespielt. Also mit Marco kann er sich ja auch machen. Aber ja, ich habe es mir jetzt ein paar Mal gesagt, unser Problem ist ein bisschen Konstanz. Das sieht ja jeder, der uns jede Woche sieht. Wir haben ja häufig auch die Spitzen schon gesehen in beiden Richtungen und sowas wie in der Lage sind. Fakt ist, ich habe mir jetzt keine Gedanken darum gemacht. Wir haben natürlich das vorm Spiel thematisiert, aber nur dahingehend, dass der Weg von einem, ich habe gesagt, der Aufbau ist in Ordnung, die Spielfortsetzung ist in Ordnung, jetzt geht es darum, dass wir einfach in den torgefährlichen Räumen einfach dann auch nochmal Verantwortung übernehmen und die richtigen und wichtigen Entscheidungen auch treffen. Das ist kein großer Unterschied zu sonst, aber macht natürlich im Ergebnis einen dramatischen Unterschied. Und deshalb, die waren wirklich gut rausgespielt und das würde uns gut tun. Jetzt sind die Jungs halt zehn Tage weg und dementsprechend werde ich in zehn Tagen schwerlich nochmal daran erinnern können, dass wir in Hannover tolle Chancen ausgespielt haben. Gegen München wird ein ganz anderes Spiel. Und deshalb, ja, dass wir noch Tore machen würden in der Saison, habe ich schon vermutet. Okay, dann konnten die Trainer alles beantworten. Vielen Dank an, dort, die letzte Frage, Entschuldigung, wollte sich nicht übersehen, Herr Dersch. Eine Frage an Jürgen. Kannst du was zur Entwicklung von Leo Bittencourt sagen? Heute so ein bisschen ein tragisches Figur des Spiels vielleicht? Also muss ich ehrlich sagen, dass wenn wir, ich achte normalerweise nicht so sehr auf die Spieler des Gegners, genug damit zu tun, meine eigenen irgendwie zu verfolgen, aber faktisch, auf der Seite ist relativ viel passiert. Leo hat ein gutes Spiel gemacht, ein richtig gutes Spiel. War sehr lebendig, tolles Tor vorbereitet. Und, ja, dass er dann die gelb-rote Karte kriegt. Ich meine, das ist jetzt heute natürlich absolut schrecklich für Hannover 96, aber das waren richtige Zweikämpfe, die er geführt hat. Einmal, vielleicht auch zweimal kam er ein Ticken zu spät, war nichts Bösartiges, aber er wird erwachsen. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Okay, Jürgen Klopp, Teil von Korkut, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen und Euch für das Interesse und wünsche Ihnen allen einen guten und sicheren Heimweg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017